Clemens G. Arwei Wir können es besser Wie Umweltzerstörung die Corona-Pandemie auslöste und warum ökologische Medizin unsere Rettung ist Gelesen von Max Hoffmann Erschienen bei Löber Audio Ich widme dieses Buch allen Menschen, die während der Covid-19-Krise ihre Liebe zum differenzierten Denken behalten haben. Wissenschaftler über dieses Hörbuch Die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei Daran zu denken drängt sich am Beginn des gegenwärtigen Virozens auf welches offenbar mit Covid-19 begonnen hat Dieser Satz von der Freiheit der Wissenschaft aus dem Staatsgrundgesetz impliziert auch das Recht auf unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen wenn man sie intellektuell redlich zu begründen versteht Clemens Arwei präsentiert in diesem Hörbuch eine holistische Darstellung der pandemischen Hintergründe, die zweifellos eine Diskussion würdig ist Darüber hinaus stellt er die berechtigter und in der allgemeinen Nervosität oft zu kurz kommende Frage, welche Verantwortung das Anthropozän an der Krise hat ob es nicht der Homophaber, der schaffende Mensch selbst ist, der die Natur und seine anderen Mitgeschöpfe so auszunützen versuchte, dass die kleinsten und ältesten Lebensformen unseres Planeten zurückzuschlagen beginnen Diese Frage erörtert Clemens Arwei in diesem Hörbuch ausführlich und unter dem Zeichen der freien Wissenschaft Universitätsprofessor Dr. Med. Dr. Phil Johannes Huber Gynäkologe und Endokrinologe Wien Seit Monaten schüren Massenmedien und Politik Ängste im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 und vermitteln eine einseitige Perspektive Das Ergebnis ist eine tiefe Spaltung der Gesellschaft in eine verängstigte Mehrheit, die bereit ist, sich mit unzureichend getesteten Impfstoffen behandeln zu lassen und eine Minderheit, die auch kompetente Gegenstimmen zu der offiziellen Politik ernst nimmt Will man sich dem Verständnis einer so komplexen Situation wie der Corona-Krise annähern so ist dies nur in einer umfassenden ökologischen Betrachtung möglich die wesentliche Zusammenhänge aufzeigt und untersucht Der Gesundheitsökologe Clemens Awey leistet dazu mit diesem Hörbuch einen wertvollen Beitrag Universitätsdozent Dr. Rehnat Peter Weiß Ökologe und Zoologe Wien Nicht nur in der Medizin, sondern auch in vielen anderen Lebenszusammenhängen konzentrieren wir uns auf die kleinsten Bausteine des Lebens und übersehen dabei, dass diese in Funktionskreisläufen sinnhaft zusammenwirken So gesehen dürfen wir uns nicht wundern, dass unsere Handlungen am Leben lebensgefährlich werden Clemens Awey zeigt anhand einer evidenzbasierten Gesundheitsökologie auf warum die Corona-Krise als ein großer Warnruf gesehen werden muss um unsere Entfremdung von der Natur zu stoppen und ein neues Verständnis von Gesundheit zu schaffen Ich bin überzeugt davon, dass dieses Hörbuch wesentlich zu einem Umdenken in Richtung Ganzheitlichkeit beitragen wird Universitätsprofessor Dr. Med, Dr. Rehnat, Christian Schubert Arzt, Psychologe und Psychotherapeut Die Art und Dauer der in Hinsicht auf die Corona-Pandemie getroffenen behördlichen Schutzmaßnahmen erscheinen bei Sichtung der mittlerweile vorliegenden Evidenzen und empirischen Daten nicht mehr als angemessen Unverständlich, für viele fast unerträglich ist es nun geworden dass wissenschaftliche Betrachtungen, die vom vorherrschenden Diskurs abweichen in der Öffentlichkeit als bedrohlich angesehen und heruntergespielt werden Vor diesem Hintergrund ist das essentiell, dass ein Wissenschaftler wie Clemens Awey die Fahne des evidenzbasierten Diskurses hochhält und sich mit diesem wichtigen Buch einbringt Dr. Rehnat Rainer-Mohr Pharmazeut und Apotheker Berlin Vorwort Von Universitätsprofessor Dr. Med Andreas Sönigsen Seit mehr als einem halben Jahr hat ein Virus die Menschheit fest im Griff SARS-CoV-2 Oder umgangssprachlich einfach Corona Diese sprachliche Vereinfachung zeigt etwas sehr Wichtiges Dieses Virus ist nicht so neu, wie es bei all den Schlagzeilen der letzten Monate den Anschein hatte Coronaviren sind älter als die Menschheit Und die gesamte menschliche Evolution wurde von Coronaviren begleitet Vielleicht sogar hier und dort relevant beeinflusst Auch Epidemien mit Coronaviren gab es immer wieder Wahrscheinlich viel mehr als wir ahnen, weil sie bisher einfach nicht gemessen wurden Und sich auch im Zeitalter vor der zunehmenden Globalisierung nicht so schnell über die ganze Welt verbreitet haben Im Winterhalbjahr 2002-2003 wegte die erste dokumentierte Coronavirus-Pandemie über den Globus Im November 2002 wurden damals die ersten Fälle einer außergewöhnlich ausgeprägten Und häufig tödlichen Lungenentzündung dokumentiert Aber erst im März 2003 gelang es, das Virus zu identifizieren Im darauffolgenden April, also fast ein halbes Jahr nach den ersten Fällen gab die WHO bekannt, dass SARS, die Kurzform für Severe Acute Respiratory Syndrome, durch ein Coronavirus verursacht sei Und erst im Mai gelang der diesbezügliche Beweis im Tierversuch Es ist also mehr als fraglich, ob die offiziellen Zahlen von knapp 1000 Toten und 8500 Erkrankten tatsächlich der Realität entsprechen Es wurde nicht getestet Es konnte auch gar nicht getestet werden, weil einfach kein Test zur Verfügung stand Aufgrund fehlender Messungen ist es also vollkommen unbekannt, wie viele Menschen sich damals wirklich infizierten Ähnlich wie bei SARS-CoV-2 blieb daher auch im Dunkeln, wie viele Infizierte leichtere Verläufe hatten, die unbemerkt blieben Potenziell tödliche Coronavirus-Infektionen gab es immer wieder Im Jahr 2008 wurde über einen Coronavirus-Ausbruch in einem kanadischen Pflegeheim berichtet Währenddessen etwa 10% der Bewohner verstarben 2012 brach das Middle East Respiratory Syndrome, MERS, aus, an dem bisher laut Aussagen der WHO etwa 2500 Menschen erkrankt und knapp 900 verstorben sind Auch hier ist unbekannt, wie hoch die Zahl der Infizierten wirklich ist, weil nie breite Massentestungen durchgeführt wurden Es sind mindestens vier weitere Coronaviren bekannt, die Menschen infizieren können Es sind Verwandte von SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 und MERS, die zusammen für etwa 30% der saisonalen Atemwegsinfektionen verantwortlich sind Was ist also das Neue an SARS-CoV-2? Hier sind fünf wesentliche Aspekte zu nennen 1. Die zunehmend globalisierte Welt mit ihrem immensen Flugverkehr hat zu einer rasanten weltweiten Ausbreitung des Virus geführt 2. SARS-CoV-2 ist möglicherweise infektiöser als SARS-CoV-1 Ganz sicher sein können wir uns hier nicht, weil die Dunkelziffer von SARS-CoV-1 nie gemessen wurde 3. Das Virus konnte sich über von uns selbst geschaffene Strukturen, wie menschenunwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen, vor allem von Migranten und sozioökonomisch Benachteiligten, wie beispielsweise den Arbeitern in norditalienischen Textilfabriken oder Fleischfabriken, etwa der Makedönnies, aber auch über feucht-fröhliche Massenveranstaltungen wie Fußballspiele, Apres-Ski-Partys und Karnevalsfeiern ungehindert ausbreiten 4. Bereits wenige Wochen nach den ersten Fällen war das Virus entdeckt und über einen PCR-Test messbar gemacht worden und die Anzahl der Fälle schnellte durch breite Massentestungen in die Höhe 5. Die Erkrankungs- und Todesfallzahlen wurden sensationsheischend kumulativ und ohne Bezug zu Bevölkerungszahlen wiedergegeben 5. Man stelle sich vor, Herzinfarkt-Tote würden ab sofort kumulativ gezählt, man würde aber die Registrierung der Herzinfarkte nicht überall gleichzeitig beginnen, sondern ausgehend von einer einzelnen Stadt die Zählung allmählich auf das ganze Land und dann die Erde ausdehnen Das Ergebnis wäre eine Kurve mit exponentiellem Verlauf, sehr ähnlich wie sie uns für SARS-CoV-2 täglich präsentiert wurde Das gleiche gilt für die klassische Grippe, Influenza, aber auch für schwere Lungenentzündungen durch Pneumokokken, Chlamydien, Mykoplasmen und zahlreiche andere Erreger, an denen geschätzt allein in Deutschland jedes Jahr zigtausende Menschen versterben Weltweit sind es mehrere Millionen Die genauen Zahlen und Ursachen dieser Mortalität werden in diesem Hörbuch vom Autor noch ausführlich dargelegt Es ist im Interesse der öffentlichen Gesundheit sehr wichtig, durch diese Angaben eine Verhältnismäßigkeit der Corona-Zahlen herzustellen und nicht nur auf SARS-CoV-2 zu blicken Alle diese Zahlen sind zunächst Absolutzahlen ohne Bezug zur Bevölkerungszahl und daher für Vergleiche ungeeignet Todesfälle sollten zur Herstellung von Vergleichbarkeit immer auf eine bestimmte Anzahl von Personen in der Bevölkerung und auf einen bestimmten Zeitraum bezogen werden Beispielsweise auf 100.000 Einwohner Das heißt zum Beispiel jährlich geschätzt ungefähr 40 Tote auf 100.000 Einwohner pro Jahr durch Lungenentzündungen in Deutschland In der Grippesaison 2017-2018 starben in Deutschland nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts 30 Menschen pro 100.000 Einwohner an oder mit Influenza Mit Stand vom August Das heißt zum Beispiel jährlich geschätzt ungefähr 40 Tote auf 100.000 Einwohner an oder mit Influenza Das heißt zum Beispiel jährlich geschätzt ungefähr 40 Tote auf 100.000 Einwohner an oder mit Influenza